Das ist ein Ringbuch. Das auch. Das hat Ringe. Das auch. Die Ringe laufen quer zum Rücken. Die Ringe längs zum Rücken. Hier werden einzelne Seiten ausgetauscht. Hier werden einzelne Hefte ausgetauscht. So liegt das Ringbuch auf dem Tisch. So liegt X17 auf dem Tisch. Das ist die beschreibbare Fläche beim Ringbuch. Das ist die beschreibbare Fläche beim X17. Die beschreibbare Fläche ist fast gleich. Das Ausmaß nicht. So groß ist das Ringbuch. So groß ist X17. Hier schreibt man, wenn man Rechtshänder ist. Das Schreiben auf der linken Seite fällt schon schwer. Hier schreibt man ganz gleich, ob man Links- oder Rechtshänder ist. Das kostet 200 Euro. Das nur 50 Euro. Das ist in Fernost gemacht. Das ist Handmade in Germany. Wofür entscheidest du dich?